Die Explosion hat alles verändert. Wir wurden evakuiert, jetzt müssen wir wieder zurück. Nichts ist mehr wie es war. Mein Name ist Tara und heute beginnt mein drittes Leben. Ich renne und versuche zwischen den Häusern zu verschwinden. Ich werde verfolgt. Es ist riskant, aber ich muss es tun. Ich muss mich entschuldigen, auch wenn sie mir nie verzeihen wird. Auch wenn ich nie wieder etwas von ihr hören werde.